Wollt ihr ihn sehen? Look at this! Da ist der Holy Beard Ventilator! Holy Beard Ventilator! Look at this! Schaut euch an! Hallo, ich bin der Ventilator von Holy Beard. Ich bin am Freitag angekommen und bin neu. Und ich drehe mich jetzt wieder weg. Tschüss Beards! Ich bin übrigens gerade auf Stufe 1 eingestellt. Stufe 1 ist nämlich genau gehört für diese Reichweite. Ich habe noch ganze 3 Stufen. Man kann mich auf Stufe 2 setzen. Stufe 3 Maximum Power Speed! Und dann gehe ich FUSCH! Dann gehe ich voll ab und dann mache ich ein Tornado! Ja! Ich bin ein Tornado. Aber ich bin jetzt auf Stufe 1 schon chillig. Das passt. Ich bin der neue Holy Beard Ventilator 2018. Welcome! Hat er sich vorgestellt? Hast du dich vorgestellt? Perfekt! Danke! Auf Wiedersehen!